1949 erblickte der erste Lego-Stein das Licht der Welt. Doch der Stein an sich ist älter, als man denkt. Über die Entstehungsgeschichte von Lego wurde schon oft berichtet. Es gibt zahlreiche Videos und Dokumentationen auf YouTube, Netflix und vielen anderen Streaming-Diensten. Darum werden wir an dieser Stelle nicht auf die Entstehung von Lego und seinen Steinen eingehen, sondern uns um die Geschichte kümmern, die dahinter schlummert. Der Erfinder des Plastiklembausteins war Hillary Harry Fisher Page. Ein im Jahre 1904 geborener Engländer und Spielzeughersteller, der aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Welt der damaligen Zeit aus der Not eine Tugend machte. 1932 beschloss Page, zusammen mit mehreren Partnern in das Spielzeuggeschäft einzusteigen und eröffnete einen kleinen Spielzeugladen namens Kittycraft. Hauptsächlich wurden dort Holzspielzeuge angeboten, die häufig aus Russland importiert wurden. Mit Holz als Spielzeug war Page allerdings nicht glücklich geworden. Unter anderem hielt er es nicht für hygienisch genug. Als Alternative kam für Page nur Plastik in Frage. 1936 begann er mit der Herstellung von Plastikspielzeug unter Verwendung einer neuen Spritzguss-Technologie und im Jahre 1937 kamen die ersten Plastikspielzeuge der Marke Preplex, der von Page neu gegründeten Firma British Plastic Toy Limited, auf den Markt. Darunter befanden sich sogenannte Interlocking Building Cubes, für die er 1940 ein britisches Patent erhielt. Ob es sich hierbei nun um eine Plastikform des in Deutschland erfundenen Ankerbausteins handelt, möge jeder Zuschauer selbst entscheiden. Diese Cubes wurden ständig verbessert und weiterentwickelt. Bis schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Self-Locking Building Bricks von Kiddycraft erschienen. Diese Steine konnten aufeinander gestapelt werden und wurden durch Noppen an Ort und Stelle gehalten. Manche Bricks hatten auch Schlitze an den Seiten, durch die plattenartige Türen und Fenster eingeführt werden konnten. Dieses Prinzip wurde Jahre später in ähnlicher Form von Fischer-Technik aufgegriffen. 1947 patentierte Page das Grunddesign eines 2x4-Noppensteins. Später folgten dann Patente für Seitenschlitze, Grundplatten und vieles mehr. Für die Earls Kurt Toy Fair 1947 bauten Page und seine Familie große Ausstellungsmodelle, um seine Bricks bekannter zu machen. Das Victoria and Albert Museum for Childhood listet die Blocks als Must-Have-Spielzeug der 40er Jahre auf. Ole Kirk Christiansen und sein Sohn Gottfried wurden auf die Kiddycraft Bricks aufmerksam, als ihnen der britische Lieferant der ersten Spritzgussmaschine, die sie kauften, Muster und Zeichnungen übergab. Ole erkannte das Potential dieser Steine und vermarktete 1949 diese Steine unter dem Namen The Automatic Binding Bricks, die 1953 zum Legostein wurden. Der Familie von Page zufolge war es Harry nicht bekannt und die von Ole Christiansen gegründete Firma Lego expandierte nach Westeuropa. Etwa zur selben Zeit expandierte Kiddycraft nach Frankreich, Deutschland und Spanien. 1953 veröffentlichte Page eine überarbeitete Neuauflage seines Buches Playtime in the First Five Years. 1957 befürchtete Page einen erneuten Konkurs, brach unter dem Druck schließlich zusammen und verübte am 24.06.1957 Selbstmord. 1959 gründete Ole die British Lego Limited und ein Jahr später wurden die ersten Sets in England verkauft. Pages Partner und seine Witwe betrieben die Firma nach seinem Tod weiter. Seine Frau verkaufte das Unternehmen 1977 an die Hester-Firmengruppe, die es 1989 an Fisher-Price veräußerten. 1981 erwarb Lego die verbliebenen Rechte an den Kiddycraft-Steinen. In einer außergerichtlichen Einigung zahlte Lego den neuen Eigentümern von Pages Firma Hester-Kiddycraft 45.000 Pfund. Anschließend wurden alle Verweise auf Page und Kiddycraft aus der öffentlichen Geschichte entfernt und Lego als ursprünglicher Erfinder des Glembausteins dargestellt. Hillary Page wurde 2007 mit dem Lifetime Achievement Award des British Toy & Hobby Association als Innovator in der Kindererziehung und als Spielzeugdesigner ausgezeichnet. Lego rühmt sich gerne die Bricks von Kiddycraft verbessert und durch Röhren in der Noppenaufnahme perfektioniert zu haben. Schaut man aber ins Amerika der 40er Jahre, fallen einem früher oder später Noppensteine ins Auge, die bereits eine ähnliche Struktur in der Noppenaufnahme vorweisen konnten. Und zwar die American Plastic Bricks von Lego. Die meisten Zuschauer werden nun denken, dass es schon ziemlich dreist ist, eine Firma, die Kunststoff-Glembausteine herstellt, Lego zu nennen, als würde es niemandem auffallen, dass hier die ersten beiden Buchstaben von Lego vertauscht wurden. Wir erinnern uns... Legos, Automatic Binding Bricks, wurden das erste Mal 1949 auf den Markt gebracht. Die Firma Elgo Plastic Inc. wurde aber bereits 1941 gegründet. Fuß erfasste die dänische Firma Lego mit ihren Plastiksteinen auf dem amerikanischen Markt auch erst 1961. 1917 gründeten Harold Elliot und sein Schwager Sam Goss die Firma Hellsam. Der Firmenname setzt sich zusammen aus den Vornamen der beiden Firmenchefs, Harold, kurz Hell genannt, und Sam, zu Hellsam. Den Nachnamen Hirsch legte Harold Elliot zur damaligen Zeit ab, um seine deutsche Abstammung zu verbergen, aufgrund des deutschen Hasses, der in Amerika zu diesem Zeitpunkt stark wuchs. Die Firma Hellsam produzierte zuerst Spielzeug aller Art, darunter auch Hellsam Toy Blocks und später Hellsam Safety Blocks. 1920 führte man Rillen und Vertiefungen in die Spielzeugblöcke ein, um ein Stapeln zu vereinfachen. Das Konstruktionsspielzeug war geboren. Da in den 20er Jahren noch viel mit Holz produziert wurde, war es für Firma Hellsam sehr tragisch, als 1928 ein Feuer in der Fabrik ausbrach und schweren Schaden verursachte. Elliot und Goss nahmen dies zum Anlass, die Fabrik und Anlagen komplett neu zu gestalten. In den 30er Jahren hatte Hellsam sogar eine Disney-Lizenz und produzierte für Disney Konstruktionsbauklötze sowie Dominosteine und anderes Spielzeug. 1939 wurde ein US-Patent eingereicht für durch Noppen ineinander greifende Plastiksteine, welche 1941 unter dem Namen Toy Building Brick registriert wurden. Die 1939 und 40 produzierten Steine waren noch aus gepresstem Hartholz. 1941 wurden die ersten Spritzgussanlagen aufgestellt und die Firma Elko Plastik gegründet. Wie schon zuvor bei Hellsam setzte sich auch Elko aus den Namen der Firmengründer zusammen. Dieses Mal allerdings aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen. Es wird heute davon ausgegangen, dass die Entstehung in der Namen Lego sowie Elko wirklich parallel und zufällig geschahen. Warum auch sollte eine amerikanische Firma bei ihren Klemmbausteinen den Namen einer dänischen Firma klauen, die zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen Klemmbaustein produziert hatten. Auffällig hingegen ist der Wandel der Logos so mancher Firmen dieser Zeit. Bis 1949 verwendete Lego dieses Logo. Ab 1950 hingegen dieses Logo. Seit 1941 sah das Elko-Logo hingegen so aus. 1947 änderte Elko sein Logo. 1954 änderte auch Lego sein Logo. Durch die Wirren des Krieges und der damit verbundenen wirtschaftlichen Anspannung dauerte es bis 1946, bis die ersten Plastikbricks der Firma Elko in die Produktion gingen und 1947 auf den amerikanischen Markt erscheinen konnten. Somit debütierten die Klemmbausteine aus Kunststoff der Firma Kittycraft und Elko zur selben Zeit. Und zwar genau zwei Jahre vor Lego. Die Tragweite dieser Entwicklung werden wir nun anhand ein paar Bilder genauer beleuchten. Zwar wurden schon früher Steine mit Noppen und Sapfen versehen, um besseren Halt beim Verbauen zu erreichen, doch waren diese überwiegend aus fremden Materialien, wie hier zu sehen die Steine der Marke Bildobrick und Minibrick, die 1934 und 1935 aufkamen und aus gummiähnlichen Material bestanden. Die hier zu sehenden American Bricks sind wie bereits schon angesprochen jene Steine von Halsam aus gepresstem Holz. Auch gab es vorher schon die angesprochenen Ankerbausteine, die aus Sand, Schlemmkreide, Leinöl und ähnlichen Materialien gepresst wurden und wohl dazu führten, dass auch heute noch der Name Stein für dieses Produkt verwendet wird. Der Stein aus Kunststoff, wie wir ihn heute alle kennen, kam erst 1939 mit KittyCraft auf. 1946 begann die Produktion des American Bricks aus Plastik von Elko. 1947 der erste Standardstein von KittyCraft und erst 1949 die 1 zu 1 Kopie von Lego. 1958 der klassische Legostein, wie wir ihn noch heute kennen. Der normale Lego Dublostein hingegen erblickte 1969 das Licht der Welt. Aber auch hier keine Eigenentwicklung von Lego, sondern eine fast 1 zu 1 Kopie des 1953 erschienen Self-Logging Building Brick Enlarge von KittyCraft. Die kompletten 50er Jahre hindurch dominierten die Bricks von Elko, den amerikanischen Kontinent, weil sich bis 1961 kein einziger Legostein in die USA verirrte. Im Netz kursierten einige Gerüchte, wonach der damalige Chef von Lego, Gottfried Kirk Christiansen, fest entschlossen war, den amerikanischen Markt zu erobern. Angeblich kam es zu einem Treffen der Firmenchefs von Lego und Elko, da es Lego durchaus bewusst gewesen war, hier nicht ohne weiteres Fuß fassen zu können, ohne auf Widerstand zu stoßen. Gleichzeitig schien die Namensähnlichkeit der beiden Firmen so lächerlich, dass Lego bereit war, große Summen zu bezahlen, wenn sich Elko vom Markt zurückziehen würde. Was genau an diesen Gerüchten dran ist, kann leider nicht nachvollzogen werden. Fakt ist, dass ab 1961 über eine Fusion nachgedacht wurde zwischen Halsam und PlaySchool. Die Übernahme fand dann 1962 tatsächlich statt. Zwar wurden weiterhin die Produkte von Halsam unter eigenem Namen produziert, doch der Name Elko verschwand völlig. 1973 verschwand so langsam auch der Name Halsam auf den Produkten von PlaySchool und 1968 wurde diese dann von MB geschluckt. 1984 wiederum wurde MB von Hasbro aufgekauft und es sollte bis 2011 dauern, bis Hasbro und seine Wurzeln sich wieder dem Glemmbaustein näherten. In einer Kooperation produzierte Hasbro zusammen mit Oxford aus Korea Glemmbausteinsets für den westlichen Markt, unter dem Namen Creo. Neben Spielsets für Kinder aus dem Bereich City hatte Creo auch einige Lizenzen im Programm, wie zum Beispiel Transformers, G.I. Joe, Star Trek, Cityville, Dungeons & Dragons oder Trolls. Ab nun Hagel des Klagen. 1978 liefen die letzten Patente des Ursprungsentwurfs des Lego-Steins aus. Lego ging aber weiterhin gegen andere Hersteller vor. Anfangs noch mit Erfolg, änderte sich dies im Laufe der Zeit allerdings. In den 60er Jahren entwickelte Nintendo ein Bausteinsystem, welches mit Lego vollkommen kompatibel war, mit Namen N und B, was für Nintendo und Blocks stand. Es wurde in Japan Werbung ausgestrahlt, die zeigte, wie überlegen, die teils kreisförmigen Bricks im Vergleich zu den eckigen Steinen von Lego waren. Lego verklagte Nintendo deswegen, doch laut diversen Quellen im Internet gewann Nintendo letzten Endes, stellten die Produktion der Bricks aber in den 70er Jahren wieder ein. 1955 wurde die Firma Paul Bernhard in Bad Kößen gegründet. Die Initialen des Gründers führten zum Markennamen Pebe. Produziert wurden unter anderem sogenannte Plastiksteckbausteine oder auch Einsabsteine genannt. Das 8mm-System war mit den Steinen von Lego vollkommen kompatibel. 1974 kam es zu einer Unterlassungsklage von Lego für den Vertrieb des alten Steckbausteinsystems im Raster 8mm in der BRD und anderen westlichen Staaten, wegen der Verbaubarkeit beider Systeme. Zur selben Zeit entwickelte Pebe auch das 5mm-Raster, welches nicht kompatibel war. 1984 brachte Pebe ein 8mm-Steckbausteinsystem auf den Markt, welches mit Lego nicht kompatibel war, die sogenannten Pebe 2000-Steine. Diese wurden bis weit nach der Wende produziert und im Jahre 2005 schließlich eingestellt. 1973 kam es in Hongkong zu einer einstweiligen Verfügung gegen Taiko Superblocks, die die Firma Taiko zwang, die Produktion ihrer mit Lego-Steinen kompatiblen Blocks einzustellen. Zu dieser Zeit wurde Taiko auch von Lego in Österreich, Italien und Kanada verklagt. Die Streitereien zogen sich durch die 1980er Jahre und am 31. August 1987 entschied das US-Bezirksgericht zugunsten von Taiko. Lediglich der Hinweis, kompatibel mit Lego, der die Taiko Superblocks zierte, wurde untersagt. Aufgrund dieser Niederlagen entschied Lego im Jahr 2000 nun einen anderen Weg einzuschlagen und die Minifigur als 3D-Marke einzutragen. Dadurch war es dem dänischen Unternehmen möglich, jede Art der Konkurrenz mit einstweiligen Verfügungen zu überschütten, bis diese aus Angst vor zu großen finanziellen Schaden aufgaben. 2002 erzielte die Lego-Gruppe einen Erfolg, als sie das Unternehmen Tianjin, Coco Toy & Co. Limited wegen Urheberrechtsverletzung verklagte. Ein Schadensgericht stellte fest, dass viele Coco-Sets, nicht zu verwechseln mit Coco, gegen die Rechte von Lego verstoßen würden. Coco wurde angewiesen, die Herstellung der Sets einzustellen, eine formelle Entschuldigung bei der Beijing Daily zu veröffentlichen und Schadensersatz zu zahlen. Im Berufungsverfahren bestätigte das oberste Volksgericht von Peking die Entscheidung des Gerichts. 2004 und 2009 verklagte Lego die Firma Bestlook vor einem deutschen Gericht. Das Bundesgericht verweigerte am Ende den Lego-Markenschutz für die Form der Steine. Megablocks wurde verklagt mit der Begründung, dass ihr Baustein mit Noppen und Röhren eine Verletzung der Marke von Lego darstellt. 2005 entschied der oberste Gerichtshof in Kanada zugunsten von Megablocks. Ähnlich entschied auch ein Gericht der Europäischen Union 2008, in dem ein Urteil von 1999 für ungültig erklärt wurde. Ursprünglich wurde in diesem Urteil der klassische Stein als Markeneintragung für Lego bestätigt. 2010 entschied der Europäische Gerichtshof, dass das Design eines 2x4 Steins lediglich eine technische Funktion erfülle und nicht als Marke eingetragen werden könne. 2009 reichte Lego seine Urheberrechtsansprüche in einer US-Zoll-Datenbank ein, was zur Beschlagnahme von Bestlog-Sendungen aus Asien führte. Im Oktober 2011 erreichte die Lego Klage gegen Bestlog wegen dem Verstoß gegen das 3D-Markenrecht ein. Daraufhin versuchte Bestlog 2012 den Widerruf der 3D-Marke von Lego. 2015 bestätigte der Europäische Gerichtshof die 3D-Markeneintragung von Lego. Bestlog verschwand kurz darauf vom Markt. 2011 erklagt die Lego Guangdong Jumbo Grand Plastic Molding Industrial, hierzulande besser bekannt unter dem Namen Banbao, aufgrund des Verpackungsdesigns. Die beiden Unternehmen konnten sich außergerichtlich einigen und Banbao willigte ein, ein eigenes Verpackungsdesign zu entwerfen, sowie eigene Minifiguren. Das Ergebnis sind die von Banbao bekannten Tubis. 2018 hatte Lego den Hersteller Suru aus Neuseeland beschuldigt, gegen das Urheberrecht sowie Marken- und Patentrecht von Lego verstoßen zu haben. Das Bezirksgericht von Connecticut erteilte eine einstweilige Verfügung gegen den Verkauf von Suru-Sets. Im Januar 2020 verkündete das Bundesgericht das Urteil und entschied zugunsten von Lego. Das US-Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung des Bezirksgerichtes, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, da festgestellt wurde, dass Suru-Figuren eindeutig gegen das 3D-Markenrecht von Lego verstoßen. Die einstweilige Verfügung gegen Suru-Klembauer-Steine hingegen wurde aufgehoben, da Lego nicht nachweisen konnte, dass der Verkauf von Steine dritter irreparablen Schaden anrichten würde. Die Suru-Steine sind hierzulande unter dem Namen Max bekannt und werden oft in Discountern angeboten. Am 18.12.2020 ließ Lego die 1x5 Blade als Geschmacksmuster eintragen, obwohl Lego diesen Stein bisher noch nie verwendet hat. Andere Hersteller wie Kruppi, Mega Brand, Sembo, Bestlook und viel mehr verwenden diesen Stein hingegen nachweislich schon seit mindestens 2012. Gegen diese Eintragung gehen momentan mindestens zwei Firmen vor. Im Video mit dem Titel Ich habe eine Abmahnung von Lego bekommen, 3D-Markenrecht Minifigur Lego vs. Q-Man von Thorsten Klarholt auf dem YouTube-Kanal Johnny's World zu sehen, beanstandet Lego neben diversen Minifiguren und Set-Designs auch das Design von Verpackung sowie Logo und andere Ähnlichkeiten. Dass Lego es hier so genau nimmt, ist verständlich. Denn nur wer sich gut mit Schließanlagen auskennt, kann ein guter Einbrecher werden. So ist das 1 zu 1 Kopieren von Set-Design, Verpackung, Logo, Stein oder Artwork für Lego ja nichts Ungewöhnliches und gehört bei unseren dänischen Freunden ja zum guten Ton. Natürlich ist diese Auflistung weder komplett, noch ist hier ein Ende zu sehen. Lego wird weiterhin alle Register ziehen, um Konkurrenz vom Markt fernzuhalten und alternative Hersteller werden auch alles in ihrer Macht stehende tun, um auf diesem Markt weiter vorzustoßen. Interessant wird es sein zu sehen, wie die Gerichte entscheiden werden, gerade im Falle Blue Bricks steingemachtes oder Bausteinecke. Grund genug für weitere Videos dieser Art, aber alles zu seiner Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.